Ach ja, hier, das habe ich vergessen. Stimmt. Nein, das war falsch. So. Und weg damit. Perfekt. So, schauen wir uns das mal an. Von da oben vom Berg. Aber erst Waffe ausrüsten. Jetzt kriegen wir aufs Maul hier von irgendwelchen Monstern. Ah ja, guck mal. Und das jetzt überall? Perfekt. Gehen wir jetzt pennen. Dann. Hallöchen. Wir haben endlich Feile und Stärke 1. Yeah. So, Stärke 1. Mal gucken, ob wir mit 10 Level schon Stärke 2 oder so hinkriegen. Das wäre schon mal nicht schlecht. Wir können ja jetzt schon mal verbessern. Schnell, lass mich rein. Ist doch schon was gewachsen. Oh, ne, natürlich nicht. Ne, natürlich nicht, ey. Haben wir Knochenmehl? Müssen wir doch eigentlich... Boah, guck dir da an. Puh, ist das viel Knochenmehl. Braucht doch kein Schwein. Können wir direkt auf dem Feld da draußen verschwenden. Können wir uns wieder mehr von den Heuballen machen. So. Mal jetzt hier erstmal verzaubern. Oh, Samba. Habe ich gar keinen Bock drauf, gerade weg da. Hört sich fast genauso an. Stärke 2, Stärke 3, Stärke 4. Boah, schon Stärke 4. Ist das heftig. Eh. Boah, der geht jetzt ab. Dann... Puh. So. Puh. Einmal müssen... Einmal können wir noch verstärken. Bis auf Stärke 5 dann. Und dann geht's. Alter. Hä? Ach, hier oben. Können wir direkt testen. Kollege. Du legst dich mit den Falschen an. Oh, weg. Bäm. Bäm. Ja, zwei Schüsse. Haha. Nicht mehr drei. Sonst waren es ja immer drei. Wobei, gerade bei den Einszummi waren es auch nur zwei, oder? Ich wollte ja pennen, aber jetzt kommt wieder die Mini-Zeugen Jehovas an. Verpiss dich. Ich will pennen. Ist kein Halloween? Noch nicht. Ja. Musst dir noch ein paar Tage gedulden. Dann kannst du nochmal kommen und anklopfen. Dann gibt's Süßes oder Saures. Und das sagst nicht du, das sag ich dann. Und ich tendiere zu Saurem. Und Sauer heißt Pfeil in der Fresse. Vielleicht muss ich jetzt wieder laut hier, ne? Ja, kommst du rein. Und wie du fackelst meine Bude ab, du Sau. So. Tja. Wo sind sie? Kommt her. Ich wollte ja ein paar Schäfchen mitnehmen. Dann brauche ich hier Leinen. Wie viel nehme ich mit? Zehn? Na, erst mal fünf. Ne, sechs. Fünf ist doof. Sechs ist gut. Da können die direkt Babys machen. Babys machen. So. Ah ne, jetzt mache ich hier erst das Knochenmehl. Sonst renne ich hier wieder fünfmal hin und her. Und ich habe schon wieder das im Keller vergessen. Natürlich habe ich vergessen. Natürlich habe ich vergessen. So. Boom, boom, boom. Ist aber immer nicht fertig. Und ne, ich drücke überall einmal drauf und mehr nicht. Das ist ja auch schon eine Beschleunigung. Und auch nur auf der einen Seite erst mal, oder? Wie viel habe ich noch? Nur noch 38. Boah. Ist aber nicht so viel. Sechs wollte ich immer behalten für die Schäfchen. Falls sie nicht weiß sind, mache ich denen nicht weiß. Bei dem ersten Gatter möchte ich weiße Schäfchen haben. Weiße Schafe. So. Okay. Der kann weg. Der kann weg. Oder die. Der kann weg. Wo habe ich hier die Samen? Fuh. Da und da, da, da. Und der kann, glaube ich, auch weg. Äh, der hier. Der hier noch nicht. Aber der. Der. Manchmal ist das ein bisschen schwer zu erkennen. Weil der fast gleich. Hier, der ist ein bisschen heller. Aber der hier ist gerade gewachsen. Der hier noch nicht. Der aber. Äh, die hier aber. Die 2. Dann haben wir hier die 4. Die dreisten 4. So. Wie komme ich jetzt auf die dreisten 4? Woher kenne ich das? Boah. Schlag mich tot. Ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt auf die dreisten 4 gekommen bin. Und ich meine, da gibt es irgendwie. Keine Ahnung. Ein Hörbuch? Äh. Pff. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Du wahrscheinlich schon. Kannst du mir ja schreiben. Was sind die dreisten 4? Gibt es denn überhaupt die dreisten 4? Irgendwie. Irgendwie sagt mir mein Unterbewusstsein. Ja, richtig. Aber auch gleichermaßen. Falsch. Also was ist jetzt? Bin verwirrt. So. Ja, ja. Nee, nee. Hier gibt kein Weizen. Boah. Einfach fressen in Viecher, ihr. So. Gucken. Wenn am Ende 6 Weizen übrig bleibt, ist gut. Weil ich muss ja auch noch, wenn die Schafe gleich umgesiedelt sind, die zum Kindermachen bewegen. Äh. Äh. 1, 2, 3, 4, 5. Hab perfekt. Das hätten wir dann berechnet. Ah. Wieder alles vollgemüllt. Aber ist egal. So. Wir sind wieder nur am Bauen. So Minecraft. So läuft das im Spiel. Puh. Boah. Okay. Hier. 1, 2, 3, 4. Hä? Hau ab da. Das ist falsch. Was mach ich denn da? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Hallo. 5 und 6. Mitkommen. Im Sause-Schritt. Raus da. Raus da. Raus da. Raus da. Raus da. Raus da. Schnell. 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 Marsch. 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 Antritt dann hier. Ey. Du gehst wieder rein. Dich hat keiner. Oh. Dich hat keiner gefragt, Kollege. So. Oh ne. Kann ich das da wieder? Oh. Boah. Boah. Es hat nen Dreck. 1, 2, 3, 4, 5. Und da will schon einer wegrennen. Komm her, du scheiß Schaf. Oh ne. Jetzt werdet ihr umgesiedelt. Perfekt. Aber ihr werdet erstmal wieder weiß. Weiße Schäfchen sind gute Schäfchen. Toll. Wenn ich die färbe, verlieren die irgendwie die Leine. Das macht ja auch Sinn. Oh. Ich wird gefärbt. Ich will nicht mehr an die Leine gehen. Ich bin jetzt unabhängig. Eins fehlt doch schon wieder. Hey. Hör mal. Willst du zu der Kuh ins Wasser schwimmen gehen? Können wir einrichten. Boah. Hier drunter ist irgendwo ein Zombie. Oder ja. War ja schon immer so. Da war ja schon immer irgendwie diese Höhle. Und ich habe schon wieder den Kies vergessen. Boah Schwede. Ich kacke hier ab. So. Schäfchen. Pum, bum, bum. Rein hier in die gute Stube. Extra Doppeltore für euch angelegt. Oh ne. Das ist ja nicht normal. Welches Schaf ist denn jetzt ohne Leine? Das da, ne? Komm her. So. Und. Ne. Hier in den ersten nicht. Pupp, pup. Komm her. Schäfchen. Hier. So. Jetzt aber. Boah. Die Intelligenz dieser Schafe, ne? Die. Die ist nicht messbar. Nicht, weil sie so hoch ist, ne? Boah. Leute. Der kann weg. Der kann weg. Der kann weg. Fuh. Kollegen. Kommt hier. Was ist denn mit dir? Hier. Hier. Hier rein. Ihr zwei schon mal. Ja. Kannst duschen gehen. Jetzt komm hier rein. Kollege. Das ist aber auch eine Fummelarbeit, ne? Nein. Verschwinde. Jetzt. Komm hier rein. Sofort. Gibt's hier aber Ärger. Perfekt. So. Es fehlt nur noch hier der Kollege. Komm her. Komm. Wenn du lieb bist, kannst du gleich Kinder machen. Komm rein. Ja, komm. Hallo. Ja. 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 Feines Schäfchen. Ja. Fein. Ja. So. Fein gemacht. Ja. So. Fein gemacht. Komm. Wir streicheln dich mit der Hand. Ja. So. Fein gemacht. Ja. Hier. Kannst du lecken. Ja. Ja. So. Fein gemacht, ne? Hier. Wo? So. Genug geknuddelt. Sie sind gefressen hier. Bam. Bam. Hier. Die zwei. Äh. Die zwei und. Fuh. Zwei fehlen noch. Welche? Der und. Und der. So. Perfekt. Ja. Ich hab so gedacht. In jedem Gatter. Keine Ahnung. Zehn Schafe oder so. Was sind das hier? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Cool. Neun haben wir schon. Können vielleicht noch mehr rein. Vielleicht auch 16 Schafe pro Gatter. Müssen wir mal gucken, ne? Auf jeden Fall ist das jetzt schon ein bisschen belebter. Zumindest da. Ach nee. Ist das schön. So. Jetzt sind wir hier. Eins, zwei. Eins, zwei, drei. Und. Hier wieder ausgerüstet. Bum. 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 Ja. Das ist jetzt. Nicht wirklich weiter spannend. Im Prinzip haben wir schon alles gesehen, was wir machen. Also zumindest hier an Dekorationen und so. Ach toll. Das ist, wenn du Baufusch betreibst, so wie wir jetzt hier gemacht haben. Das hast du im Endeffekt davon, da hast du nur wieder mehr Arbeit. Ich sag ja, nie Baufusch machen. Aber wir waren ja so faul beim Umgraben hier. Haben wir dann doch gemacht. Da haben wir jetzt davon. Da haben wir jetzt alles unterhüllt. Gleich beim Wasser reinfüllen wird das auch lustig. So. Ja. Das Deck ist schon verschwunden. Und es ist schon wieder am Dämmern. Potzblitz ist dämmert. So. Na Schäfchen, geht's euch gut? Guck mal, wie die sich freuen, ne? Die sind jetzt unter sich. Ja, da sind jetzt nicht mehr 100 Schafe in einem Gatter. Nein, nur noch neun Stück, hab ich gesagt, ne? Perfekt. Hier ist Wasser. Oder hier kommt gleich Wasser hin. So. Ja. Toll. Toll. Tolle Wurst. Puh. Bäm. So. Und hier, wo hab ich denn die? Äh. Perfekt. So. Hier machen wir dann... Hier sind wir immer ein bisschen großzügiger. So. Äh. Das hat Gatter. Achso, ich hab das Gatter jetzt auch immer da, wo... Ne, hab ich nicht immer da. Ich wollte jetzt sagen, immer da, wo der Eingang ist, aber... Ne. Wie hab ich da denn... Hier? 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 Okay. Ist irgendwie nicht ganz... Nicht wirklich symmetrisch, aber... Müssen wir da hinten mal umändern. Bei Gelegenheit. Nur bei Gelegenheit. Mal gucken, komm ich hier mit einem... Überall dran? Das wäre perfekt. So. Ja, guck mal hier. Sparen wir noch Arbeit. Also Zeit. Und... Ja, Arbeit auch. So. Bumm. 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 Äh. Bumm. 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 Perfekt. Zack, 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 zack. Und wir müssen ja jetzt hier nicht alles davon komplett vollbauen. Und das wird ja auch langweilig mit der Zeit. Bei 16 Gattern. Das geht ja kaputt. Aber warte, da fällt mir ein. Fällt mir ein. Erstmal mal hier den Gatter zu. Und zweitens haben wir noch hier einen falsch angebracht. Ich weiß nicht. Hatte ich den gerade wieder abgemacht? Den falschen? Oder? Ah, ne. Guck mal. Da ist er noch. Oder? Ach, ne. Das ist normal. Das ist normal so. Das ist ja wegen den... Ach, no. Ich hab nicht... Ey. Hör mal. So ist das aber nicht geplant, Schäfchen. Hier wird nicht rumgesprungen. War ja klar. War ja klar. Der hat den Heuballen für sich beantragt. Hoffentlich will er nicht sein Revier da gleich markieren. Sonst... Jetzt ist er Barbar. So, ist er im Stein drin? Ist das scheißegal. Es ist sowieso keiner. Perfekt. So, hier ist da nur einer drin. Hier sind dann die armen Schlucker untergebracht, die nix haben. Oh, Leute. So. Zaun, Zaun. Puh. Und hier müssten wir das eigentlich ändern. Guck mal hier. Das kann ich so nicht verantworten. Der Zaun muss immer da sein, wo das Gatter ist. Äh. Der Zaun muss immer da sein, wo das Gatter ist. Was ist das für ein Sinn? Das Tor muss immer da sein, wo dieses Fressgebäude ist. Also hier. Lass mich durch! Bam! 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 Perfekt. Und... Ach! War doch unnötig. Aber ne, hier ist nötig. Aber hier nicht. So. Da. Ähm. Ah doch, hier ist nötig. Aber da nicht. So hab ich das ja gemacht, ne? Ja, ja. Ich erinnere mich. Ich hab mich erinnert. Soll ja mal vorkommen, dass ich sowas kann. Hm. Ja, dann ist hier. Richtig. Und hier aber falsch. Bam! Raus da. Und... Fuh! Rein da. Und... Musik ist wieder so leise. Ja, guck dir das an. Wat? Fuh! Ein Creeper im... Hä? Wat soll... Wat ist denn hier los? Stirb! Du Fischcreeper!